Der Winter hat sich mit etwas Schnee und kalter Luft in Deutschland zurückgemeldet. Vor allem im Osten bildete sich regional wieder eine Schneedecke. Es gab den ersten Nachtfrost seit langer Zeit. Gebietsweise rutschte die Temperatur auf unter minus 5 Grad ab. Und in den kommenden Nächten wird es verbreitet noch kälter. Erstaunlich dabei, die letzte frostige Nacht liegt in Deutschland mit wenigen Ausnahmen Wochen zurück. Wie diese Grafik der Tiefstemperaturen für Köln zeigt, waren die Nächte dort seit dem 14. Dezember durchweg frostfrei. Der Übergang zum Winterwetter blieb aber nicht ohne Folgen. Auf den Straßen gab es vor allem in Ostdeutschland einige Unfälle, wie hier in Zwickau. Dort kamen auf eisklatter Straße mehrere Fahrzeuge ins Rutschen und stießen zusammen oder landeten im Straßengraben.